Heute zeige ich euch, wie ihr einen Dark Mode in Angular richtig umsetzt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um Angular und hier um den Dark Mode. Wir werden uns heute angucken, wie wir in Angular einen Dark Mode umsetzen können. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, richtet sich aber schon an fortgeschritteneren Nutzer. Was heißt, unter der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einer Anfängerei, wo ihr erstmal Angular verstehen könnt. Ansonsten, was braucht ihr für dieses Video? Ziemlich einfach, ihr braucht TypeScript, zumindest Wissen darin, SAS, also CSS, HTML und natürlich Angular. Was heißt, ihr solltet wissen, was sind Services, was sind Direktiven, was sind Komponenten. Diese ganzen Features werde ich nicht mehr erklären und sie einfach nur noch nutzen. Ich werde alles, wo es wichtig ist, natürlich euch bestmöglich versuchen zu erklären und darauf einzugehen. Allerdings kann ich in diesem Video nicht mehr auf jede Kleinigkeit eingehen. Das heißt, falls ihr eine Lösung mit reinem CSS sucht, dazu habe ich vor einiger Zeit schon ein Video gemacht, das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, schreibt einfach Kommentare oder schaut ganz oben in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu Discord, da könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, Fragen stellen, Fragen beantworten oder euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Hier seht ihr das, was wir heute bauen werden. Und zwar haben wir hier den Dark-Mode. Und je nachdem, ob ich hier auf den Button drücke, kann ich zwischen Dark- und Light-Mode hin und her toggeln. Und wenn ich zum Beispiel jetzt im Light-Mode bin, mein Standard-Browser-Preset ist natürlich der Dark-Mode. Und wenn ich jetzt aktualisiere, lädt auch standardmäßig der Dark-Mode abhängig von meinem Browser-Preset. Das Ganze ist ziemlich simpel und wir werden das heute, wie gesagt, umsetzen. Als erstes sollten wir uns dazu aber mal ansehen, was wir hier eigentlich an der Seite alles schon vorbereitet haben. Und das ist gar nicht so viel. Ich habe hier einmal eine Demo-Component erstellt. Das ist einfach eine kleine Test-Component. Die ist quasi leer. Hier ist nicht viel drin, außer, dass ich hier schon einen Service lade, nämlich unseren Dark-Mode-Service. Den habe ich hier oben auch schon erstellt. Dieser ist komplett leer. Der wird hier in unserem App-Module auch provided und wird hier auch, ja, wird alles definiert. Das heißt, hier stellen wir den zur Verfügung und wir können dann hier darauf zugreifen, indem wir halt unterstrich Dark-Mode verwenden. Hier habe ich auch ein bisschen HTML-Code schon vorbereitet, nämlich eine H1-Überschrift sowie ein Button mit jeweils einem ng-Container mit Dark- bzw. Light-Mode drin, sodass wir später halt hier zwischen den Texten hin und her switchen können. Das Ganze ist nicht wirklich umfangreich und deswegen habe ich das schon ein bisschen vorbereitet. Unser CSS-Code ist wie gesagt noch komplett leer, allerdings unser Style.css ist nicht komplett leer. Hier habe ich nämlich schon ein Dark- und ein White-Variable vorbereitet mit jeweils Schwarz und Weiß drin. Das Ganze ist soweit jetzt, ja, erstmal done und wir können jetzt anfangen, als erstes mal ein bisschen CSS zu schreiben. Und zwar das Erste, was wir brauchen, ist, wir greifen in unserer Demo.component.datei auf unseren Import zu. Was heißt, wir sagen hier, Styles wollen wir nutzen, sodass wir später weiß bzw. schwarz aus unserer Styles bzw. der Variablen, die dort hinterlegt ist, nutzen können. Als nächstes sagen wir mit dem Host-Selector, dass wir nur unsere Komponente stylen wollen, sodass die 100% hier einnimmt. Das Ganze speichern wir jetzt ab, passiert aber noch nicht sonderlich viel, bis auf das sie jetzt an 100% einnimmt. Das Nächste, was wir nämlich jetzt machen, ist, wir nutzen eine Methode, sodass wir sagen, sobald unsere Komponente, also unsere Host-Komponente, unser Host-Selector innerhalb einer Klasse mit dem Namen Light-Mode oder innerhalb einer Klasse mit dem Namen Dark-Mode liegt, soll unsere Host-Komponente eine andere Farbe bekommen. Was heißt, so haben wir später die Möglichkeit, jede einzelne Angular-Komponente gezielt an den Dark-Mode bzw. den Light-Mode anzupassen und gezielt CSS-Änderungen und Einstellungen zu treffen. In unserem Fall sagen wir jetzt beispielsweise, beim Light-Mode soll der Hintergrund weiß werden und die Überschrift bzw. die Schrift Dark und beim Dark-Mode natürlich genau umgedreht. Das heißt, wir sagen, der Hintergrund soll schwarz werden und die Schrift weiß. Das Ganze speichern wir jetzt ab, es passiert allerdings noch nichts. Wenn ich jetzt hier allerdings mal den Dark-Mode und skopiere und hier in unsere Index-HTML gehe und zum Beispiel unserem Buddy einfach nur die Klasse Dark-Mode gebe, passt sich das Ganze an und wenn ich hier die Klasse Light-Mode verwende, passt sich das Ganze zum Light-Mode an. Das funktioniert also, allerdings das hier zu definieren, ist halt ein bisschen ärgerlich, deswegen machen wir das nicht. Wir haben allerdings jetzt alles, was wir CSS-technisch brauchen, vorgenommen, können das also schließen und gehen jetzt zu 100% in unseren Dark-Mode-Service. Hier wollen wir als erstes einige wichtige Grundlagen klären. Wir haben grundsätzlich drei mögliche Punkte, die wir besprechen müssen. Wir müssen einmal unserem Buddy eine Klasse setzen, nämlich Dark-Mode oder Light-Mode und wir brauchen eine Möglichkeit, ein Toggle für unseren Button hier vorzubereiten und wir müssen erkennen, ob standardmäßig es sich um einen Dark-Mode oder um einen Light-Mode handelt. Und wir müssen das Ganze auch subscriben, sodass wir, wenn wir irgendwie unseren Dark-Mode und Light-Mode anpassen, irgendwo verändern, sodass wir das Ganze mit einem Behavior-Subject definieren, sodass wir ein Event generieren, wenn wir zwischen diesen beiden Modi hin- und herswitchen, beispielsweise um Animationen zu triggern oder um einfach CSS-Attribute nochmal zu verändern und so weiter. Das heißt, als erstes brauchen wir eine Möglichkeit, unserem Buddy eine Dark- bzw. eine Light-Mode-Klasse zu geben. Dazu sagen wir, eine Private-Funktion wollen wir jetzt erstellen, nämlich SetLight-Mode. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die nichts zurückgibt, was heißt Void. Und hier sagen wir jetzt Document, ganz einfach Body, Class-List, Add und ein String, nämlich Light-Mode. So, das Ganze wollen wir jetzt hier hinzufügen und gleichzeitig wollen wir hier unseren Dark-Mode entfernen mit Remove und sagen hier, wir wollen jetzt unseren Dark-Mode entfernen. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einmal, machen das hier oben nochmal rein. Ich mache das hier an der Seite mal zu, das brauchen wir nämlich erst später wieder und sage jetzt hier SetDark-Mode und das Einzige, was wir hier anpassen, ist quasi unser Light-Mode soll entfernt werden und unsere Dark-Mode-Klasse soll hinzugefügt werden. Das Ganze hilft uns jetzt natürlich noch nicht sonderlich viel. Wir haben jetzt nur schon mal die Möglichkeit geschaffen, damit unsere Klassen unserem Body zuzuweisen, sodass wir zwischen Light und Dark-Mode hinterher switchen, je nachdem, welche dieser beiden privaten Klassen bzw. privaten Funktionen nicht Klassen wie aufrufen. Das nächste, was wir definitiv brauchen, ist die Möglichkeit zu erkennen, ob wir gerade ein Dark-Mode oder ein Light-Mode im Browser bzw. vom Nutzer definierten Betriebssystem nutzen. Dazu brauchen wir auch eine Private-Function und zwar nennen wir die Detect-Dark-Mode und die gibt uns ein Boolean zurück. Was heißt, nutzt der Dark-Mode oder nutzt er keinen Dark-Mode? Um das zu tun, definieren wir jetzt eine Variable. Diese nennen wir Media-Match und Media-Match ist eine Funktion, die wir schon einmal bei einem Video mit Dark- und Light-Mode im CSS bzw. JavaScript genutzt haben. Nämlich rufen wir unser Window-Objekt auf, sagen hier Match-Media-Preferred-Color-Scheme, wenn das Dark ist, Punkt Matches. Dann, ja, also wenn Match-Media, wenn das true ist, dann wird das definiert. Es kann allerdings passieren, dass diese Funktion undefinant ist, wenn der Browser das beispielsweise nicht unterstützt. Und diesen Fall müssen wir abfangen. Was heißt, wir sagen hier Return, weil unsere Funktion gibt uns hier ein Boolean zurück und sagen, wenn Type of Match-Media, warum funktioniert das nicht? So, Match-Media gleich, 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 Boolean. Was heißt, wenn Match-Media true oder false ist, dann soll er uns einfach Match-Media zurückgeben. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es undefined oder null oder was auch immer der Browser im Falle eines nicht unterstützten Befehls zurückgibt, dann soll er uns einfach standardmäßig false zurückgeben. Wenn ihr standardmäßig natürlich den Dark-Mode nutzen wollt, solltet ihr hier true hinterlegen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal die Möglichkeit, unsere Klassen zu setzen sowie zu erkennen, ob der Nutzer standardmäßig ein Dark-Mode nutzt. Allerdings haben wir jetzt immer noch keine Möglichkeit, unseren Dark-Mode mithilfe eines Befehls hier zu definieren. Das heißt, wir wollen ja später hier auf den Button drücken und in dem Moment soll sich unter Dark-Mode ändern. Das heißt, wir brauchen hier eine Public-Funktion, weil wir die später auch in anderen Komponenten aufrufen wollen und sagen hier Toggle Dark-Mode. Der gibt uns auch nicht zurück, diese Funktion und deswegen heißt die auch Void. Und hier sage ich einfach jetzt nämlich zwei Variablen, nämlich einmal sys Dark-Mode state.next, Klammer auf, und sage hier umgekehrt sys.currentState. Ich nutze hier jetzt also zwei Variablen und eine Funktion namens next. Das Ganze funktioniert so natürlich auf gar keinen Fall, weil wir diese Variable noch gar nicht definiert haben. Das sollten wir jetzt nämlich tun. Als erstes sage ich hier public, nämlich unseren currentState, was heißt, ist unsere Funktion vom Typ boolea, äh, ist unser Dark-Mode gerade aktiviert, also diese Variable true, dann ist unser Dark-Mode aktiviert und hier unten fehlt ein T, dann sollen wir das Ganze hier switchen. Unsere Dark-Mode state ist allerdings eine private Variable vom Typ behaviorSubject. Und hier ist es ein Boolean. Das heißt, das müssen wir uns jetzt als behaviorSubject definieren und standardmäßig sagen wir sys.detectDarkMode. Was heißt, wir wollen einen State definieren. Wir wollen also eine Variable, der wir subscriben können, sodass wir, wenn wir das tauschen, dass wir davon abhängig beispielsweise ein Event triggern können. So was wie, wir verändern das Hintergrundbild, animieren irgendwas, sodass, wenn der Nutzer zwischen Dark- und Light-Mode switcht, dass das Ganze als Event durch unsere Anwendung durchgeht. Das Ganze ist halt sehr praktisch, weil wir in dem Moment halt später immer, wenn das Event getriggert wird, unsere beiden Klassen hier aufrufen. Und deswegen müssen wir das als behaviorSubject definieren vom Typ Boolean und standardmäßig wollen wir halt das Value nehmen, was unser Nutzer definiert hat. Was heißt, standardmäßig ist das jetzt ein Dark-Mode state behaviorSubject false sein, weil wir hier true sein, weil ich das im Hintergrund halt als trueDarkMode aktiviert habe. In dem Moment, wenn ich jetzt hier unseren Toggle-Befehl nutze, setzen wir mit dem nextBefehl quasi unser behaviorSubject einfach nur auf den currentState in das Negative. Was heißt, wenn es true ist, wird es false, wenn es false ist, wird es true. Das Ganze können wir jetzt so abspeichern, das funktioniert auch. Allerdings rufen wir hier den Befehl immer noch nicht auf und wir hätten auch noch nichts, was quasi jetzt eine Veränderung, also diesem stateChange hier quasi zuhört. Und dazu sagen wir jetzt in unserem Konstruktor, wenn unser Dark-Mode-State sich verändert, was heißt, wir subscriben dem, sagen hier State ist vom Typ Boolean. Wenn sich der verändert, wollen wir etwas machen. In unserem Fall setzen wir hier als erstes unseren currentState auf den State unseres Dark-Mode-States. Und das nächste, was wir machen, ist, abhängig davon, ob das hier true oder ob das Ganze false ist, wollen wir halt unsere Klassen, unserem Buddy hinzufügen. Das heißt, wenn der Dark-Mode aktiviert ist, also true ist, dann sage ich hier setDark-Mode. Und wenn das Ganze nicht der Fall ist, dann sage ich setLight-Mode. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, standardmäßig, wie gesagt, weil ich standardmäßig das Preset für den Dark-Mode habe, wird der Dark-Mode aktiviert. Und wenn ich hier auf den Button drücke, soll standardmäßig das eigentlich verändert werden. Wir rufen das allerdings noch nicht auf. Dafür gehen wir jetzt hier in unsere Demo-Component. Hier haben wir unseren Button. Hier sage ich jetzt einfach Click. Und in unserem Fall haben wir hier schon unseren Dark-Mode-Service als Unterstrich Dark-Mode importiert. Und ich kann jetzt hier sagen Toggle Dark-Mode. Und in dem, wenn ich das jetzt speichere und hier auf den Dark-Mode klicke, kann ich jetzt unseren State verändern und je nachdem in unserem Template hin- und herswitchen. Was wir jetzt auch noch machen können, ist natürlich hier ein bisschen etwas zu verschönigen. Und zwar sage ich jetzt hier ngf-Current-State. Was heißt, wenn unser Current-State gerade true ist, dann soll hier Dark-Mode stehen. Wir wollen das aber hier unten, weil das der Button ist, negativieren. Was heißt, wenn unser Dark-Mode nicht aktiviert ist, dann soll Light-Mode stehen. Und andersrum, wenn unser Dark-Mode-Charakter aktiviert ist, soll Light-Mode stehen. Und andersrum Dark-Mode. Ihr seht jetzt hier, der Text des Buttons switcht. Das Ganze können wir uns jetzt einfach mal kopieren und auch hier oben eine Überschrift einfügen. Und hier die Zustände einmal vertauschen. Sodass gerade ist der Dark-Mode aktiviert. Wir wollen jetzt zum Light-Mode switchen. Und jetzt ist der Light-Mode aktiviert und wir können zum Dark-Mode switchen. Und so hat man ziemlich einfach jetzt die komplette Funktionalität für Dark-Mode inklusive der Detection des Nutzers bzw. der Presets des Nutzers hinterlegt. Man könnte das Ganze jetzt noch erweitern natürlich, zum Beispiel über ein Local Storage, dass die Einstellungen des Nutzers quasi überspeichert werden und man nicht den Browser-Einstellungen vertraut, sondern den Nutzer-Einstellungen. Oder das Ganze über einen Nutzer, wenn man zum Beispiel den Nutzer sich einloggt und dort hinterlegt hat, der möchte gerne Default-mäßig Dark-Mode nutzen, dass man das darüber lädt. Was heißt, ihr könnt das natürlich auch überschreiben und dann Preset-mäßig einfach das laden, was der Nutzer definiert hat. Das Schöne finde ich persönlich, wenn man das Ganze hier halt so im CSS auslagert, kann man das sehr schön warten. Was heißt, man kann hier sehr einfach für jede Komponente die Darstellung im Dark-Mode, im Light-Mode oder man kann das Ganze auch erweitern, dass man noch ganz andere Color-Themes hinterlegt, dass man die hier anpassen kann, ohne dass man quasi komplexe Directives irgendwo hinlegen muss oder so etwas, die dann quasi das Color-Theming übernehmen. Ich finde das so einfach angenehmer. Ihr könnt hier mal in die Videokommentare schreiben, was ihr davon haltet. So, das war's für heute für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr jetzt einen Dark-Mode bei Angular erfolgreich umsetzen konntet, dann hinterlasst doch einfach mal einen Kommentar oder einen Daumen hoch in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr diesen Channel auch unterstützen, indem ihr ganz unten einfach mal vorbeischaut, die Glocke drückt, abonnieren drückt oder einfach mit Amazon Affiliate diesen Channel etwas supportet. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017